Unsere Kernkraftwerke gehören gemessen am internationalen Standard zu den sichersten. Und wir haben in einer Kombination aus Schutzmaßnahmen, die die Kernkraftwerke verabredet haben, vom Boden her, von der Luft her, wirklich gute Vorkehrungen getroffen. Wir haben immer mitgearbeitet an der Entwicklung auch neuer Kernkraftwerke, die noch sicherer sind. Diese werden jetzt zum Teil in Europa schon gebaut. Und meine Sorge ist, wenn wir das nicht als Brückentechnologie, ich will das nicht für ewig, aber ich glaube, wir brauchen es noch für eine bestimmte Zeit, wenn wir es nicht als Brückentechnologie auch für unser Land nutzen, dass wir dann auch auf die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards nicht den richtigen Einfluss haben, so wie ich ihn mir wünsche. Wer selber etwas nicht anwendet, kann anderen keine guten Ratschläge geben. Und es gibt so viele Länder, die jetzt neue Kernkraftwerke bauen, nicht nur in Europa, Finnland und Frankreich zum Beispiel. Die Schweden haben ihre Kernkraftwerke modernisiert, Italien will bauen, Großbritannien will neue Kraftwerke bauen, sondern auch Entwicklungsländer, Schwellenländer. Und da ist es wichtig, einheitliche Sicherheitsstandards zu haben. Und ich möchte, dass Deutschland dabei mitreden kann.